Was ist jetzt der Menschenhilfe da draus gemacht, wenn du den Einmal drauf haust? Kommt ja gar nicht. Ja, bei mir ist jetzt auch hell. Oh, da sind aber drei... Warum sind da jetzt drei Leute drin, ey? Ah, da fieke Scheiße. Zack. Wie? Jetzt mal ganz ehrlich, erklärt mir bitte, wie seid ihr hier runtergekommen? Oh, warum stehst du denn wieder auf, ey? Boah, alles voller Blut hier. Ekelhaftigkeit. Ach, das sieht aber eigentlich an sich ganz lecker aus hier, muss ich ja mal sagen. Guck mal, was ist denn das für ein dünner Arm, ey? Ich kann keine Arme mehr tragen. Kann ich mal ein bisschen pumpen gehen? Kann ich auch was essen erklären? Jetzt mal, ich will den Schenker nicht. Ich kann keine Beine tragen. Wir liefern ein Bein, falls du willst. Das hält sich nicht... Boah, da oben, ey. Oh, der Hurensohn. Sollen wir direkt einfach tauchen gehen? Ach nee, ey. Da hinten ist noch einer. Boah, fuck, Alter. Ich zieh das Scuba-Gear an und versuch einfach direkt tauchen zu gehen. Wenn ich wüsste, wo. Boah, ich will nicht gegen die kämpfen. Ich auch nicht, ey. Ich glaube, wir mussten irgendwie hier so rum. Ah, da ist er jetzt. Nein, ey. Boah, komm mal. Ah, komm mal. Ich auch, ey. Boah, Junge, warum kommt von oben noch so Grille runter? Der Typ geworfen. Echt? Da ist noch einer, ey. Ja, ist mir egal. Boah. 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 Links, rechts Moves, ey. Zack, zack. Boah. Und da ist noch so ein fetter Bastard. Ah, da hier ist. Boah. Zwei fette Bastarde. Boah, meine Güte. Boah. Boah. Was seid ihr für Hurensohn? Boah. Fuck my life. Tobelly. Der hat mich umgeraten. Ist egal, Alter. Weiter, weiter, weiter. Und da hinten sind noch mehr Leute. Ich spring einfach. Ich fick euch. Ich fick euch, ey. Kommt ihn her, ey. Ist mir scheißegal. Loch. Ja, ich komme. Boah. Boah. Boah, bei mir leckt es gerade. Oh, da geht es runter. Jawoll. Hallo, warum leckt das? Hallo, mein Bild. Ja, das ist wegen Übergang. Heldenhaft. Wo ist hier richtig? Da. Dass man sich hier nicht den Arsch abfriert, ey. Aber jetzt war ganz ehrlich, Alter. Zwei von denen riesen. Hoffentlich kommen nicht noch mehr von denen gleich, ey. Das haben die jetzt aber böse gemacht, ey. Weil als wir jetzt erst mal runter sind, war glaube ich einer von diesen Brennertypen. Ja. Und keine Felsen oder so. Du musst es nirgendwo entlang. Du konntest einfach was mit der Wolter sein. Ich will das fressen. Ich weiß nicht, war da irgendwas, als wir das so... Ja. Ist das nicht da, wo du da einen riesen... ...den riesen Zunder gezündet hast? Jaja, das ist da... Da sind ein paar Leute, waren da aber... Da waren auch irgendwie so ein armen Typ, war da glaube ich auch. Ja, aber Hauptsache die eskalieren nicht so wie jetzt gerade da. Zwei von den... Zwei Fies. ...Viecher, zwei von den Fettsäuren da. Ich bin schwer, wenn diese kacke Tür jetzt gleich nicht aufgeht, und wenn wir irgendwas anderes noch machen müssen, dann sieht das nicht völlig aus. Ich muss doch unendlich weit tauchen. Meinst du, ich kann unter Wasser was essen? Unwahrscheinlich. Ja. Was sieht man denn hier noch nach? Kennen wir das schon? Boah, Taucher-Timmy. Oder was soll das jetzt sein? Was? Bist du schon aufgetaucht? Ja. Ah, hier sind wir. Boah, ich hab auch... Boah, der hat mir auch gut umgeschmiert, der Penner, ey. Ich hab's gesehen, der hat sich voll über den Haufen gerannt, ey. Mhm. Einmal wieder komplett, ey. Einmal voll machen alles. Hm? So. Was haben wir denn hier? Scuba-Gear. Was? Ach, auf dem Bild hier. Der hat doch gesagt, ey. Das ist... Taucher-Timmy. Ich weiß jetzt, wenn wir das alles hier mal... Angst haben. Ich seh wieder nix. Was sagt die Map eigentlich? Die Map sagt, wir sind irgendwo... Oh, warte mal, ich möchte auch einmal kurz gucken. Ja, danke. So, jetzt wird's interessant. Ach ja, erstmal wieder die Kacke finden, ne? Geht's runter? Ich glaub, hier gibt's auch nur einen Weg. Oh, okay. Ja, das ist doch schon mal... Das geht mir doch schon mal auf den Sack. Ist hier nix. Oh, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Oh! Wir waren fast tot, Alter. Bevor ich die Dingels anzünden konnte. Ja, ich auch. Ich will jetzt nicht hier direkt sterben, ey. Ich will's auch nicht hauen, dann hau ich dich noch ein. Ja, boah. Hat der dich erwischt? Ja, ja, klar. Natürlich. Ja, aber ich stand doch vor dir. Wie hat der dich denn erwischt? Da sind noch zwei, ne? Oh, ja, wo bist du hin? Hinter dir. Ja. Hör, ich bin Wasser. Woll dich nicht. Ja, hau dir und komm mal wieder zurück dann, oder? Meine Fresse! Müssen wir einfach mal helfen lassen damit, ey. Junge, direkt bei drei so normalen Schmocks hier die Metz. Meißen, ey. Super, danke, ey. Hat die Grenze? Ja, er löscht sich aber auch nicht im Wasser hier, der Schmock. Boah, wir sind eigentlich auf ne gute Distanz beschlagen. Meine Fresse. Ich hab nur eine Metz. Ich komm nicht hoch. Ach, Alter. Ey, willst du mich verarschen? Warum fällt der immer hier runter, hier? Hä? Ey. Hast du doof? Das gibt's hier nicht. Ich fall hier in irgendein Loch, was gar nicht da ist, ey. Mein Gott. Genau, hier war irgendwas mit runterklettern gleich noch. Und da waren auch noch keine. Ja, und einmal noch die Climbing-Ax muss man benutzen, das weiß ich noch. Ja. Da kommen ganz viele Babys gleich wieder noch in. Ich meine, nein, ich meine, hier kommt es einfach so runterklettern mit einem Seil. Ich glaub, da brauchst du die Climbing-Ax nicht. Da ist ein Seil. Hier sieht's aber ruhig aus. Ja, ich seh irgendwie gar nix. Aber ich hab noch ein bisschen Angst davor, weil du irgendwie auf YouTube irgendwas mit Pops-Fight gelesen hast, ne? Ach, das ist, glaub ich, nicht so Pops-Fight. Ey. Ja, klar. Mein Gott, ich bin hier auf den Sack, ey. Ja, wenn, dann kommt das eh erst hinter der Tür. Ja, super. Dann kommen wir doch supergeil an Sachen. Aber wir haben jetzt auch nirgendwo gesaved oder so. Ja, draußen einem zählt das letzte Mal. Ja, geil, ey. Weißt du, aber es ist doch richtig, dass wir draußen gesaved haben. Wo? Wenn du jetzt hier drin saves und würdest dann irgendwann nochmal spielen, dann musst du den ganzen Weg wieder zurücklatschen. Oh, hier brauchst du ja wirklich die Climbing-Ax. Was ist das denn hier? Hä? Achso, Climbing-Ax. Wo wird's jetzt hin? Hoch und dann links. Ja. Dann sind wir über den... Die ganz hier. So orientierungslos, ey? Ja, bei mir wird das irgendwie... Hä? Ich... Hier ist nix bei mir. Ich hab... Hä? Bin jetzt hier oben. Bei mir ist hier... Hä? Bei mir ist das total verpackt jetzt gerade. Nein, da ist falsch, wo du stehst. Ja, hier ist nix bei mir. Ich hab... Noch vor... Da ist die Wand. Ja, hier ist bei mir dieses komische Seil. Ja, das ist die Climbing-Wand. So. Dann fällt runter. Ja, dann gehen wir ein Stück weiter links, ey. Das ganze Ding ist Wand. Ja, bei mir ist das keine Wand. Bei mir ist das hier einfach nichts. Geh hoch. 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 Ja. Hoch. Hoch. Links. Drück E. Hallo. Hä? Wo bist du? Da. Ich steh hier hinter dir. Ja, bei mir ist hier nichts. Ich steh hier in der Luft. Tut mir leid, dass ich das nicht sehe, wenn da nichts ist. Ja, aber geh jetzt hier wieder normal weiter bei dir, oder? Ja, geh jetzt jetzt weiter. Aber irgendwie... Hä? Sieh das bei dir auch so komisch aus? Das ist gerade einfach nur arsch dunkel. Ich seh nicht viel. Ich bin jetzt hier runter. Bin ich richtig hier? Ja, ja. Muss ja irgendwo hier lang sein. Ich würd sagen hier runter. Hier ist du. Hier. Warte, ich seh hier gar nichts, ey. Oh, hier. Sag, bei mir ist das hier irgendwie nicht richtig. So geil, ey. Hier ist gar nichts bei mir. Du läufst in der Luft. Da unten seh ich zwei so Spacken rumlaufen. Und jetzt ein fettes Vieh noch. Also eins da unten. Boah, die sind ja da. Die sind auch noch ein Stück weg, ey. Nein, ich seh ihn auch. Ich hab Angst, dass ich hier runterfall. Ich hieß... Oh Mann, nee, das gibt's doch gar nicht, ey. Ja, das wollen wir jetzt machen, ey. Du kannst ja nicht einfach alles da machen. Nee, kann ich nicht, ey. Ich muss was wissen. Du willst hier einen Shelter bauen und speichern und neu starten? Nein, ach Quatsch. Ja Junge, du kannst doch einfach hier durch die Luft fliegen. Ja, was machen wir jetzt? Ja, wir gehen runter und wo ich... Ja, vielleicht wird's gleich noch. Ja, da sind auf jeden Fall ein paar Typen, ne. Können wir irgendwas... Drei Stück. Wissen... ...musser ein paar Molotows bauen. Kommen die jetzt schon? Ne, die rennen weg. Die rennen da wieder dumm im Kreis rum. Super, die Flare hat mal gar nichts gebracht. Nein. Irgendwie leuchtet die nicht richtig, oder? Weil irgendwo war der Dicke doch da. Ja, der steht da. Ja, ich seh ihn nicht. Was ist da? Es ist so arschdunkelig überall. Oh, jetzt kommen sie. Jetzt kommen sie. Und ich hab nur die Flesse in der Hand, ihr Wichser. Wird's grad ein Stück Weg gesehen hier? Wo die hier auch gekommen sind. Ja, das hier ist weg. Ich lauf da. Aber der ist nicht sehr breit, ne. Also entferne ich nicht weit hinter mir. Ich weiß nicht, wo der Dicke ist. Ich weiß nicht, wo der Dicke ist. Ist das so ein Umrenner oder was? Hm. Oh, das sind zwei von diesen Umrennern. Oh, da oben sind aber noch da. Oh, jetzt kommt er. Das war der Dicke. Ah. Ah! Ah! Kein Feuer am Stein. Ah! 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 Das war knapp, ey. da du wichser geht bei dir? ja ich bin hier da hinten sind halt noch zwei von den rennern die machen mir auch ein bisschen angst ich hab schon wieder Hunger wie gesaugt ich weiß nicht wo ich hier gerade hin renn ja du das ist offenes Feld jetzt das waren auf jeden Fall zwei von den Typen das war meine letzte Flasche wo ist der andere hin da? und stirbt er davon? natürlich nicht da ist er der andere der war schlecht jetzt hab ich wieder nie angezündet Vorsicht alto Berlinski ich dachte er kann doch gerade auslaufen er ist vor die Kurve gelaufen ich hab wieder auch angezündet jetzt hat er mich umgeschmiert das war der zweite achso echt wo ist der zweite? links Vorsicht guck auf ey renn ab ne brennende Axt fuck mei leid ich bin so gut um die Ecke hier beide tot? einer tot? gar keiner tot? gar keiner tot guck mal ey guck mal ey wow das war's gleich für mich ey die sind wir alle die sind wir alle die sind wir alle wo sei da? ich hab keine Ahnung wie ich hier hinlaufe boah boah Junge die die Springung einfach von überall ja okay einer ist tot bei dir was? ich bin gleich tot ich auch ey ich kann auch boah alter Berlinski Junge ey wenn du zu denen gehst dann schmier die dich mal nicht runter wo du die Anfänger sind boah nein du warst gleich mit mir ey boah boah ist er tot? ja fuck you alter ich hab keine Mets mehr ich hab noch einen ich hab noch einen einen hab ich noch ja oh wie schlecht hm ich muss ja auch für dich behalten ach ich hab keine Buße fuck fuck alles hier ey ey ja ich hab keine Mets mehr ja ich hab keine Mets mehr Chicory Marigold konnte man daraus was machen? ich weiß es nicht ja ich hab Marigold Cornflower Chicory ein New Item discovered ein New Item discovered glaub ich ein discovered nein nicht das ne 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 ich schaue wählen slow and powerful try to keep a distance watch out for charging attacks texten auf die Brüderung der Oktober und ist ist hier ich jetzt einfach etwas weitergehen und ich weiß das ist ein riesen stein er immer so kacke zu machen aber beim ist bei jetzt noch ein gegen was oder kommt die tür jetzt gleich schon ich habe keine ahnung ich habe kein leben wenn ich vorlaufen nicht hast du noch sticks wie viele denn was brauchen wir denn für so ein normales ding ins hier 14 ich habe 10 noch sonst haben wir das blätter oder so ein scheiß 26 blätter ich habe 141 brauchst du eben shelter oder aber kann ich machen aber du hast geguckt und hätt dir gedacht du hast schon tempo wäre ich ne nicht dass die dann gleich hier respawn hier wichser ey ja das kann natürlich sein ich spreche einmal ne ich mache auch einen neuen specherslot also ja ja und dann nur neu starten ich guck mal kurz hier müssen um ob hier noch was geht jetzt hinter mir laufen oder ja muss ich ja ich glaube ja wie so ein blinder sonst hier rum ich meine das war doch hier vorne direkt schon oder scheiß wasser scheiß wasser das ist ein Schlüssel ey ey warum bist du so viel schneller als ich gerade um ich der geilste bin naja lauf du meine wand da im Spann hallo warum ach geh doch ey ja hier ist er da ah hier sehe ich jetzt aber schon was ja hier wiegt sehr richtig aus ja doch hier sieht es hier habe ich wieder Texturen ey wir können doch erstmal weitermachen wo die ey oh was ist nun oh was ist oh das sieht gruselig aus wie ein Arschloch okay Bruder ey wir stehen vor der Tür boah Junge du leckst gerade wie Sau ja ich weiß ja ja ich weiß ja ich mach auf ich mach die Butze jetzt auf ey dann haben wir gespeichert überall tausendmal diese Bewegung ne wer hat aber die Karte davor ja 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 und ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020